Olaf hat sich natürlich dann seine Gedanken gemacht, wie er sein Trainerteam bestücken will. Und da ist er dann auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ja, für mich war es von Anfang an eine sehr reizvolle Aufgabe und wir haben uns dann zusammengesetzt, haben uns ausgetauscht und haben sehr schnell gemerkt, dass wir da auf einer Wellenlänge liegen und von daher war das dann relativ kurzfristig alles, dass wir gesagt haben, das passt und das würden wir gerne zusammen angehen.